...reinrauben korrekt verhält und das was wir Jungs immer als allererstes hinschreiben ist, kein Makes... Ernsthaft, ihr wollt die Horrorshow? Ich darf keine Make-up fragen, Reinrauben, wegen Partikeln... Ihr wollt echt die Horrorshow da drinne? Ja, bei manchen ist es halt die Horrorshow, aber ich mein... Bei manchen Jungs ist es auch die Horrorshow, wenn ich es so angucke, weil ich es in meinem Stuhl ist nicht... Der gibt nicht mal im Stuhlgang, im Stuhlgang ist alle cool Ja, würd ich es auch sagen Sicherheitshalber, wa? Ne, wenn ich mag, was hier so zum Beispiel für Mathe spricht oder Physik spricht, abkommuniert Da ist schon so einiges aus dem Labor entflossen Ich sag mal, gezielt entflossen Ich bin mir nicht sicher Der wollte mich anspringen Der wollte mich anspringen Erstmal interessant, ne? Erstmal interessant, Junke! Ich sag's macht no Sinn Das war 100% ein Header Ja, deine Mutter auch 100% ein Header Aus dem Pferdl, Alter, komm mal hier rüber schnell, komm mal kurz hier rüber Ne, muss gritten Das ist voll langweilig Ich muss keine Party machen Ja Für a Greyskull Wiedersehen Oder wieder heilen Run up! Yeah! Headshot Kein Headshot, so hoch gezielt Ich will ein neues Sniper halten Die Sniper ist scheiße ohne Visier Sechsberg Sag doch, dass du tot bist Nein Nein Das ist gleich wirklich Freikörper Der Golad redet auch nachdem er tot ist Wir reden alle noch nachdem sie tot sind noch nicht aufgefallen Das ist irgendwie creepy Am meisten bei Golad Der hat einen Kopf im Kopf Nachdem der Kopf abgeschossen wurde Kopf-Headception Headception Ja oder so If you know what I mean Mach's den oder Achso Fünfer anders gar nicht nach oben Ein nach oben Hm Weißt du was? Jeder Kiffer kennt das Wort Headception Ein Head im Head Da kommen Dinger angeflogen Cock-Dots? Ja Cock-Dots Cock-Dots Wenn du deine Freundin was machst machst du ja Cock-Dots Dann sag doch mal Cock-Dots Fäbbeln Ah wie schwer Oh nein, es ist nach Lamp Komm mehr Ich wechsle mal die Waffe Oh da steht einer Jetzt nicht mehr Jetzt auch nicht mehr Jetzt auch nicht mehr Ich komm hier nur vorbei Absolut Oh die sich gritten können Da liegt ein Nice aussehende Streifen Oh ich bin fast tot Er gibt es nicht Er gibt es nicht Er gibt es nicht Er gibt es nicht Oh ich bin tot Ja Cool Story Bro Wart kurz hab's gleich muss Alter du Spacken Ihr wollt dich töten Ach der ist gestorben? Ja Ich hol mich Hol mich Erstmal nachladen Warte Nur gut dass keiner weiß Dass ich mach extra den Schein Deutsch und so Weißt du Julian, damals So vor 5,600 Minuten Minuten Da wären die Assi-Bräute und so Von heute Richtig innen gewesen Einfach weil Man damals ja immer alles schön Anders ausgebrochen hat Um cooler zu werden Kann man auch Headshotten mit Nahkampf? Lol, das läuft Ja Try it Nein Ich schreibe die Ration Also die Kits Ja Äh, ich hab nen Kopter getötet Ich würd's nie, Alter Das ist so geil, Alter Ich hab nen Kitsch bin Der Pau Alter, komm Ja Jetzt hast du die Hälfte an Krits Ja, wir haben ja auch keiner gemacht Jetzt haben wir mehr als die, also positiv Jetzt sind mega viel Leben Jetzt nicht mehr Ich musste seinen Kopf erst suchen, aber der war hinter seinem Rücken Aus meiner Sicht auch Hinter seinem Rücken Hinter seinem Rücken Ja, der war so leicht gekrümmt Ja, das ist bei allen, wenn ich die hochhebe 29 Wow Scheiß, Alter, nur 29 Das sind diese Schildgesichter Ja? Ja, die haben Schilde wieder Das sind diese Schildgesichter Ja? Ja, die haben Schilde wieder Schlit Nööööööööööre Verdammt Knööööööch Was ist gekrippt? Tost Guter Stuff, glaub ich mal Ach, da hinter mir steht der Hast du den gekrippet oder ich? okay was erwartet wer von uns beiden kredit bitteschön mit headshots gescopten headshots warte warte lasse nicht grittin er kommt er kommt er kommt ich ich renne meine habe gegrittet ja es geht weiter das leben geht weiter auch wenn der iridium liegt bleibt stehende zwerg hatte alter ich treffe ihn ernsthaft jetzt digga so meine lieben damen und herren und alles dazwischen wir gehen jetzt weiter eine runde story quest machen zu einem bombastischen einem epischen einem überhammer fuck geilen nein das ist dark souls 150 prozent grittreffer chance 3000 prozent plus schaden und 50 prozent liebe bei der waffe gerade bekommen hast bei slack hail ich habe die waffe nicht gekriegt drück mal tab nein ich glaube ich benutze die mal ein bisschen ich bin äh was ist das wo rüst ich dinge aus hier rüst ich aus und ist das ding gay ja da ist keine waffe gibts dir nico ich schieße ich schieße gerade ich schieße gerade mach nochmal ja und das ist gay oder ziel damit mal warte kurz mal ich gebe sie dir fix probier sie mal aus du weißt schon was wenn du eh lange drückt hältst du hast die gleich ausrüstet alter guck dir das an wenn ich nach oben schieße benutzt du sie oder nicht wenn der will ich sie mal versuchen okay können wir ja go go gadget ich drück dauernd f um irgendwas zu aktivieren Ich bin jetzt heute ein bisschen zu viel Terra 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 Nova Ja ich meine Das ist jetzt so ein bisschen schrotz Ich sage das ganz schön und so Aber wenn man damit nicht trifft Dann ist das doch schon etwas unpraktisch Denn ähm Du hast halt nicht so viel Schuss wie mit einem MG Und dann hast du halt ein bisschen verschissen Wenn der Gegner dich dann halt schlägt Weil du eben keine Munition mehr hast Das ist dann eher Ja mal so etwas suboptimal Und das möchte man vermeiden Und in dem Fall nimmt man dann halt Boah geile Waffe halt In dem Fall nimmt man dann halt Also Leute ähm Wenn ihr ein komplettes äh Abenteuer auf dem Bauernhof Let's Play In dieser Tonlage ähm Let's Play haben wollt Dann ähm Schreibt bitte ähm Bananarama in die Kommentare Ja Bananarama in die Kommentare Und ihr bekommt ein komplettes Abenteuer auf dem Bauernhof Let's Play in dieser Tonlage kommentiert Ich werde danach zwar etwas bescheuerer sein Als schon zuvor Aber Euch zuliebe Bananarama In die Kommentare So sieht's aus Klebtrad du alter Ficker Was läuft Hörte ihm irgendwer zu? Ja Ich Hörte ihm irgendwer zu? Wuuuuh Guter Plan Digger du bist unsichtbar Claptrap Als würden die dich sehen Schau auf die Minimap Ja ich hab schon drei Stück abgebollert Ich dachte kommt jetzt mehr Alter labert der viel Wir hätten er schafft es nicht Hundertproher schafft es nicht Zugriff verweigert ZUGRiff verweigert ZUGRiff verweigert ZUGRiff verweigert Irgendwas hat CrapTrap Da war eben ziemlich falsch gemacht CrapTrap Die Fall ist für Scheiße